Hallo, mein Name ist Robert Klemm und ich präsentiere heute den OSM LERK MapStyle im Umbruch als Lightning Talk, hier ein aktueller Stand aus dem Projekt. Seit 2016 wurde der LERK MapStyle durch die Firma LERK quasi geboren und seit 2019 durch die Firma Verco wiederbelebt, unter anderem mit neuen Features versorgt und der Style ist aktuell auch als WMS-WMTS-Service für den privaten Gebrauch verfügbar und frei nutzbar. Hier ein Rückblick aus dem Jahr 2020. Wir haben geschafft, einige Sachen zu verändern, zum Beispiel haben wir jetzt verschiedene Ozean- und Kontinentnamen hinzugefügt in den höheren Maßstäben oder Zoom-Levels, genauso haben wir die Icon-Darstellung verbessert, die Docker-Stack wurde verbessert und hinzugefügt und wir haben komplett die Architektur und die Darstellung verändert und geändert. Leider haben wir es nicht geschafft, den Vektorteil als Schema oder als Style zu definieren und umzusetzen. Das planen wir aber weiter. Hier ein aktueller Stand. Was haben wir geschafft? Wir haben die Detailtiefe verfeinert, unter anderem mit neuen POIs. ÖPNV-Haltestellen sind dazu gekommen. Wir haben die sichtbarer gemacht mit Namenbenennung. Wir haben Admin-Grenzen verbessert, wir haben neue hinzugefügt, also keine neuen Grenzen in dem Sinne, sondern die Darstellungen sind jetzt auch feingeradiger geworden. Wir haben die Label-Darstellung verbessert, wir haben ein Upgrade auf die neue Mapnik-Version durchgeführt, wir haben komplett den Docker-Stack hinzugefügt, wir haben die Importskripte diesbezüglich auch verbessert und verfeinert und durch das Upgrade der Mapnik-Version ist auch komplett die ganze Geodatenhaltung in die Datenbank überführt und migriert worden. Das heißt, alle Daten werden lokal in die Postgres-Datenbank überführt und verwaltet und bearbeitet. Hier eine visuelle Darstellung der Features. Wir haben neue Bundesländer, das hatte ich ja schon erzählt, hinzugefügt mit der Regionenbenennung. Wir haben Hauptstädte drin, wir haben Autobahnabfahrten drin. Unten links könnt ihr in der Karte sehen, dass wir jetzt auch die Kirchen mit eingebaut haben, religiöse Darstellungen, also wir haben auch Moscheen drin und andere gläubische Institutionen. Rechts im Bild seht ihr die Bushaltestellen. Die haben wir jetzt mit einer Darstellung verfeinert. Auch ein Clustering wurde hinzugefügt. Das heißt, wenn mehrere Bushaltestellen auf einem Gebiet sind, werden die in bestimmten Zoom-Level zusammengefügt und geklustert, sodass nur bestimmte Bushaltestellen dargestellt werden und gelabelt werden. Unter anderem haben wir ja die Bundesländer eingeführt, wir haben die Autobahnabfahrten hinzugefügt. Das hatte ich schon erwähnt. In der weiteren Planung haben wir eben vorgenommen, die Docker-Architektur oder Struktur auszubauen. Wir wollen das mehr automatisieren. Wir wollen auch ein Stack hinzufügen, wo komplett wichtige Tools zur Bearbeitung, Darstellung und für den Produktiveinsatz mit eingebaut werden kann. Wir planen auch mehrere Karato-CSS-Styles in den Docker-Stack hinzuzufügen. Das heißt, dass man über bestimmte Umgebungsvariablen den Style beeinflussen kann bzw. das Aussehen-Feldern kann. Unter anderem soll auch die Erstellung mehr automatisiert werden und die Steuerung soll komplett über Make-Commands, also Terminal-Commands, ausgeführt werden können. Eine weitere Planung ist natürlich die Darstellung und eine weitere Planung ist die Optimierung von der Darstellung und Datenstruktur. Eine weitere Planung ist die Optimierung der Darstellung und der Architektur des ganzen LogMap-Style-Stacks. Unter anderem haben wir uns auch wieder vorgenommen, den Vektor-Teil-Stack zu verfeinern und umzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und der Lightning-Talk ist beendet.